So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir sind Ritter und clashen im Clashel Castle oder so. Together mit dem blauen Ritter, der immer noch am... Dings ist, hier am Rasenmähen. Ja, ich verdiene mir ein bisschen Geld dazu. Achso, okay. Ich habe nur 113 Gold. So. In der letzten Folge hatten wir ja den Boss gemacht. Und jetzt geht es hier weiter. Ach nee, hier ist einfach nur ein Zugangspunkt. Ja, wollen wir denn zum Dock oder zum Waldeingang? Dem blauen dunklen Ritter geht das Ampo vorbei. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung. Ich mag Wasser. Komm, wir gehen zu den Docks. Hallo, Werte. Wir brauchen die Reliquien, bevor wir Segeln setzen können. Weißt du, woran mich diese Möwen erinnert? Na? Warns? Warns? Ich habe es gerade hingekriegt. Ich hatte eben gerade ein Salto hingekriegt. Da, wieder. Wie hast du das gemacht? Ein bisschen laufen und dann weh. Okay. Gut. Dann ab in den Wald mit uns. Oh, voll die süße Mucke. Oh, Geld. Was? Ähm. Ähm. Hamz. 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 Ey. Ich glaube, ich muss es hier haben. Aua. Kann man da rauf? Ich habe keine Ahnung. Ich saß da eben irgendwie drauf. Ja. Katzen sind besser. Oh. Ich wollte doch wieder rauf. Oh. Feiglinge. Wir kloppen euch tot. Wir füllen bezüglich die Kloppen mich tot, weil Mausi nach hinten wegrennt. Ah. Wir haben wieder das Koko. Koko-Monster. Ah. Ihr Bogenschützen geht mir so auf den Senkel. So. Level up. Das kannst du diesmal? Gar nichts. Auf. Dann. Sonst steht doch immer, immer unten dieser komische Typ da. So. Wie kann man da jetzt... Ey. Du sitzt drauf. Yay. Ich fülle auch auf. Hamz. 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 Passt eigentlich besser zu dir, muss ich sagen. Grün. Du bist grün. Alles in grün. Ja, es ist ein schönes Koko. Oh, Bogenschützen. Ich mag euch jetzt schon nicht. Das ist mich immer trotzdem erwischt. Ich bin voll der Abfänger hier. Ja, ich sehe überhaupt nichts. Attacke. Aua. Ey, das ist mein Koko. Ich weiß nicht, wer mich raufkommt. Ich habe gesehen, der wollte rauf. So, wie kommt man da jetzt rauf? Ach, raufspringen. Einfach raufspringen. Okay. Ja, äh. Da hätte man auch raufkommen können, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Aber jetzt habe ich das... Ich habe das Koko nicht mehr. Mh. Ey, der Busch. Der wollte sich das anschleichen. Hau uns doch mal beide nochmal. Uh, da ist ne Eule. Kann man die Eule runterschlagen? Die hat gekackt. Nice. Mach ich das auch, wenn ich Angst habe? Ja. Ey, die ist runtergefallen. Okay. Du hast sie kaputt gemacht. Ah, die wollte ich doch gar nicht. Ne, die da. Oh, zwei Stärke. Die nehme ich mal. Ah, ich komme nicht an die Rang. Mensch. Ich bin tot. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe hier jedes Mal umgeschwissen. Mann, komm. Top. Weißt du, ne? Das war beim Boss auch. Ich komme hier nicht weg. Okay, ich bin jetzt für immer tot. Ja, weil ich auch tot bin. Äh. Mach auch mal auf Magie. Ich will wissen, was du kriegst. Ähm, brauche ich hier wohl, glaube ich, noch ein Level. Ja. Na gut, dann auf ein neues. Jo, bin ich auch dafür. Ich renne den Busch weg. Der hier war das, genau. Flup. Das hat sich totgeschissen. Huch. Hey, ich hänge fest. Ah, jetzt nicht mehr. Du machst die vorderen, ich mache die hinteren. Okay. Komm. Aua. Kann auch schießen. So. Jawoll. Und weiter. Ich komme hier schon wieder keinen Meter voran. Das ist ja schlimm. Wie, wie habe ich das jetzt gemacht? Ah, ich lege schon wieder nur am Boden. Wie, ich habe ihn weggeschmissen. Mag mich aber nicht, wie ich das gemacht habe. Wie, ich habe ich das gemacht. Böser, 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 böser Bube, du. Ein Reh. ich fühle mit ihm mich für tierinfos haben lassen tierchen ich will auch 1 mann mann jetzt hängt schon wieder tot hier hin aber ich auch wo kann man sich tränke kaufen ja das war hier hinten beim schmied glaube ich für tierinfos musste dann da rein rein genau ach ha sie fettchen lassen sich schneller durchs wasser laufen wollen sie fettchen sein du bist konzipiert schneller als ich hier ist nichts weiter und bist du flink das war jetzt nicht beim schmied das habe ich jetzt gerade drinnen den hammer der keine ahnung naja na gut dann weiter was eigentlich da hinten mit hallo was mit der arena naja lass mich mal so mit dem hier das war da reingehen wir wissen was das ist was jetzt was ist die mit der katze los da ist ja noch einer ich will nicht da war da da Okay, du klopfst dich nochmal um. Okay, jetzt wüsst du, was die Arena ist. Oh, weia. So, aber jetzt hier mal weiter im Text. Wenigstens verliert man die XP nicht. Ne. Aber irgendwie konnte ich sie ja auch wegschleudern. Ich weiß aber nicht, wie. Ja genau, das konnte ich auch. Ach, man muss sogar warten, bis... Das haben wir nicht verursacht. Das hat die selber gemacht. Die hat sich selbst totgeschissen. War das Reh auch selbst, das... Ach, Geld. Ey, ich komme gegen diese Bogenschützen nicht an. Nein, ich auch nicht. Was ist das wahr? Rennst du auf den einen zu, wirst du von dem anderen gehauen. Das ist... Kacke. Bezau ich den aber hier die ganze Zeit, dass es mir so egal ist, bis der stirbt. So. Oh, 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 oh. Hehehe. Alter, ich will nicht diese dämliche Waffe haben. Warte aber. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Ah, ich komme tot. Ach, Mann. Oh, Mann. Mann ey, ihr seid Packe Boah, Pfeile, Pfeile Mann Block mal mit A, äh, mit Q oder so Ich probiere es schon die ganze Zeit Aber das ist Extrem schwer Weil ich das noch nicht so hinkriege Ah Nein, ich bin jetzt wieder tot Mach erst die Gegner fertig Das bringt uns gar nichts Ich bin jetzt auf die Schleifte und ich bin jetzt auf die Schleifte und ich bin jetzt schon das ist und ich bin jetzt noch nicht so hinkriege Und dann immer beim Herzen. Genau, danke. Huch, was ist das? Keine Ahnung. Das sieht creepy aus. Das möchte was auf Schnauze haben. Ja, die sind relativ einfach. Da hinten ist noch einer drin. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Schon wieder dasselbe. Hä? Was hab ich denn da jetzt eingesammelt? Weiß ich nicht, was ist denn das Zeigmal? Das ist für uns beide nicht so toll. Wo geht's jetzt hier? Ah, hier. Wann kaputt. Warte hell. Wer hat Angst? Ähm. Der scheißt sich ein. Ich will nicht wissen, was es jetzt für den Boss gibt. Auch nicht. Geld. Was ist das denn für ein Mistvieh? Der wollte uns das Geld klauen. Hast du's gesehen? Ja. Da. Gibt's gleich Pfeile im hinteren Dorf. Gibt's gleich Pfeile im hinteren Dorf? Ich will doch nicht weg hier. Ich will doch nicht weg hier. So. Jetzt hab ich dich. Ähm. Boss. Warum hauen die ab? Vor was hauen die ab? Und Mausi, du brennst. Ich glaub vor dem da. Oh, ich brenne. Der kotzt die die ganze Zeit aus. Es werden hier immer mehr. Na komm. Alter. Massen. Schlaf. Oh, oh. Ich brenne. Ich bin tot. Shit. Wie soll ich mich bei dem ganzen Chaos wiederbeleben? Die hauen mich ja jetzt schon kaputt. So. Aber ich kann jetzt hier. Huch. Ne. So. Einmal so. Und. Und jetzt einmal so. So. Ich hab jetzt Magie voll. Neuer Zauber. E und D. Okay. Ja, so wie ich. Kann ich jetzt Pupsblasen schmeißen, ja? Haha. Achso, ich bin ja dran. Ja, ja. Jetzt lachen wir ja eins zurecht, weißt du. Äh. Gut. Dann nochmal in den Diebeswald. Boah. Schon wieder alles von vorne, ey. Okay. So. A und D. A und D. Gleichzeitig. Ja, mach ich ja. Aber bei mir passiert da nichts. Ich hau da immer nur. War doch A und D, oder? E und D. D und D? Oder E und D. Ach. Pupsis. 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 Pupsi. Pupsi. Cool, jetzt kann ich auch schießen. Pupsi. Mach mal E und W. E und W? Ach, schade. Das ist bei dir nicht anders. Ne, das ist größer. Das ist ein großer Pups. Ja. Aber du kannst immer besser pupsen als ich. Ja. Das stimmt. Dafür kann ich besser rülpsen. Nee. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Ich schmeiß jetzt nur noch mit Stinky Pups rum. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. So. Und Stinky Pups. Oh oh. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Und ich komme jetzt nicht zu meinen alten. Stinky Pups. Ah, Mann. Blö. Ich mag die Bogenschützen überhaupt nicht. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Jetzt sehe ich natürlich nicht, was die Waffe macht. Mal gucken. Stinky Pup. Stinky Pups. Stinky Pups. Stinky Pups. Nein, nicht in die... Ich bin tot. Und ich hasse das Wasser hier, weil ich muss ja jedes Mal drüber laufen. Komm schon. Sammel mal die Edelsteine. Ja, ich probier's. Jetzt hat der Gegner ihn da eingesammelt. Loll. Mann. Man kann hier noch nicht mal einen in Ruhe angreifen, hier, jetzt bist du fällig. Hinten ist noch einer. Ja, deshalb öfters mal Fernangriffe. Dann verhasst du sie. Ausweichen. So. Auch wenn ich jetzt fast tot bin. Ja, da lag noch Geld. Ja, ist mir jetzt egal, bevor du jetzt hier stirbst. So. Beide ich nicht so gut wie tot. Oh, ich glaube, ich hab sie alle vergast. Hm. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, genau. Bestimmt. Essen. Jam, jam, jam. Oh, ich bin wieder fast voll. So, was haben wir jetzt drin? Huch. Ach, jetzt ist diese Bohnenranke. Ich weiß nicht, was die macht, also. Äh, guck, guck's dir mal an. Du musst einfach nur abrüsten, genau. Die war ja scheiße. Nee, die macht, die macht, die macht Minus-Magie. Wenn wir das nächste Mal verlieren, würde ich gerne mal kurz zum Schmied. Jo, guck mal gleich mal. Wir werden sicherlich nicht jetzt gleich alles auf dem Anhieb schaffen. Glaube ich nicht. Ist da abgehauen. Feige Socke, die. Geige Socke. Ach, die rennen weg. Egal, die geben EP. Hast sie doch. Nein, die geben EP. Es muss alles sterben, es gibt alles EP. Da ist noch ein Apple. Ja gut, nimm du den. Du bist sowieso der bessere, du bist der bessere. Alter, ich sehe überhaupt nichts mehr. Ach so, ich bin schon tot. Ich konnte gerade nichts machen. Ich schwöre. Du brauchst mich nicht schwören hier. Ich schwöre. Du brauchst immer noch nicht schwören. Wir wissen, was ich als nächstes kann. Ja, dann hau rein da. Nein. Escape, genau. Ähm. Ne. An die Steuerung muss man sich so ein bisschen gewöhnen. Und jetzt gehen wir mal kurz runter dann zum Schmiedwurzler noch rein. Huch. So. Oh, jetzt habe ich wieder meine Waffe. Äh. Ja, aber wo ist meine? Ah, die ist hier hinten. Hier hinten auch. Minus Stärke, mehr Agilität. Okay. Minus Zauber, mehr Agilität. Ja, ich bleib bei der hier. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir uns nochmal Tränke holen können. Ja, ich glaube das war beim... Beim Schloss, ne? Hier. Ja. Huch. Ne, hier unten gab es keine Tränke. Das war ja dann irgendwo ein zweiter. Hä? Oder war Geld. Dass hier immer noch keiner aufgeräumt hat. Schlimm. Ähm. Okay. Die sind ja jetzt, müssten ja jetzt easy sein. Guckt euch an. Hier. Sack. Hey, ich kann sogar den Heuwagen schon auseinander nehmen. Ne, das ist glaube ich eine Instanz hier. Ja, aber das war ja in so einer Instanz. Ja, wir helfen ja schon. Auch wenn wir euch eigentlich schon gerettet hatten. Na, kommt raus da. Na, kommt raus da. Toth, toth, th, tuh, ttó, tot doo. Das sieht immer aus Du solltest sie nicht auf mich zuschmeißen Sorry Ja genau, hier war der Laden Sag ich doch Was macht der hier eigentlich Minus ein, plus ein, plus ein Kann ich das hier auch kaufen Ich kaufe da jetzt so viel, bis ich, keine Ahnung Also, ich darf nicht mehr Gut Wie kommen wir jetzt hier wieder raus Ah, hier, so Gut, aber Warte mal kurz, Maus Warte mal bitte, Maus Ich mach doch gar nichts mehr So Weil ich würde sagen Wir machen jetzt hier nämlich mal ein Folgenende Okay Okay, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Ähm, ja, wir pupsen um die Wette und schmeißen mit Pupsi Wiedersehen Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal